23. März 2005 Erzengel Michael Gott sorgt für den Menschen. Er erwartet aber, dass der Mensch an ihn glaubt und auf die göttliche Vorsehung vertraut. 24. Vertraut euch in allem der vorsehenden, barmherzigen Liebe Gottes an. 25. Es genügt aber nicht nur die gute Absicht, nur der lebendige Glaube, die davon ausgehende Hoffnung und Liebe sind es, die die Seele wahrhaft beleben. 26. Durch diese Tugenden lernt ihr Gott und seine Wahrheiten immer besser kennen und gelangt immer näher zu ihm. 27. Fleht in euren Gebeten um diese göttliche Tugenden für euch und für andere. 28. Ihr bedürft diese Tugenden so sehr, um innerlich geläutert 28. Und nach dem heiligsten Herzen Jesu gestaltet zu werden. 29. Hierbei kommt euch die allerseligste Jungfrau Maria zu Hilfe. 30. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 30. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 31. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 31. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.